Hallo liebe YouTube Welt da draußen. Ja, in ein paar Stunden ist Weindienstag und ich wünsche euch alle einen tollen Tag der Liebe. Für mich ist Weindienstag ein besonderer Tag. Also ich habe momentan keine Freundin, aber ich habe dort Geburtstag. Ja, und mal schauen, vielleicht werde ich am Wochenende wegen in der Woche ist das ein bisschen blöd mit meinen Kumpels ein bisschen feiern, ein bisschen grillen, ein paar gemütliche Papierchen trinken und ich wollte von euch wissen, was schenkt ihr euren Liebsten oder eure Liebste zum Weindienstag? Oder ist für euch Weindienstag Moppelkotze, da ihr gerade Solo sein? Oder seid ihr zusammen und sagt, Weindienstag ist Moppelkotze? Ja, was haltet ihr da vorliegen? Das wollte ich gerne mal wissen. Das war jetzt nur ein kleines, kurzes Tutorial und ich wünsche euch dann weiterhin viel Spaß auf YouTube. Schaut euch viel Müll an und ja, lasst es so richtig krachen. Trinkt euren Liebsten, eurer Liebste was ganz Tolles und wir hören uns, sehen uns. Ciao, euer Locke.